hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge forza motorsport 7 und auch zum 21 videos des adventskalenders also in drei tages weihnachten haben wir für mich leider erst in 14 so ein heute ist das letzte rennen des mx5 cups auf dem erfahren wir allerdings nicht auf und schlagbart in der einfachen und ich bin das gerade schon auf und schlagbar gefahren und ich bin noch viel da geworden und ich hätte reich nicht wir müssen sogar erster werden noch mal nachgerechnet es ist einfach jetzt nur noch auf pro das würde ich mal machbar sein der bergstrecke hier in dubai das ist schon mal wieder ziemlich dumm so wie meine problemkurve ist allerdings nicht wieso ja einig soweit nach innen will ich den körper da oben drauf doch ziemlich hoch ist nebenbei angemerkt mal gas das habe ich gesagt das ist jetzt mal sein wir sind zügiger meine freunde sein rennen ich kenne das heißt siegen tour ja war schon auf dem gas und nicht gut 2000 2000 2000 2000 denken denken gut ja so außen ist genau klar als viel zu viel gebremst das sieht doch schon mal viel besser aus dem letzten rennen ich finde es würden noch mehr abstiffung gut und der vorteil das heißt weil sich zwischen und stark waren pro weil ich noch was gibt und jetzt noch zwischen pro und experte noch was gibt es dann noch mehr abstufung wird aktuell sind schon gar nicht mal so wenig war für ein rennspiel mehr könnte wenn wir noch besser also insgesamt würde ich sagen ja so 10 bis 15 abstufungen als 20 wäre schon ganz gut eigentlich wenn man sieht groß jetzt hier mit der kassen für mich eigentlich zu leicht kommt vielleicht nach vorne und schlagbar ist halt wieder zu schwer völlig zu schwer das haben übrigens video ach kein war dann wieder der typisch kai für mir immer reiner junge weil ich muss das mag sein mag ist ja der gemeine hier würde ich immer eingefahren ist aber warum das worte waren wir so unglaublich wenig grip nicht aber nicht soweit innen jetzt kannst du wieder entfangen also erst muss ich jetzt eigentlich locker werden nach weil sie die beiden vor mir aber robben warum sie da das passen wir nichts auf dem mx wir sagen x7 oder rx8 dann geht noch grad so wieder darauf aber mx 5 ich jetzt nicht so warum ist es mit holding überhaupt lila mit bull ist da eigentlich blau oder nicht und ich bin jetzt nicht ganz irre sieht ziemlich lila mäßig aus habe ich klick in der optik dass es blau ist es ist wieder halter 100 großer lieder oder haben die auch wieder als frau ich weiß nicht wir sind die kurve hier so weit außen die noch irgendwie die felder fahren oder die an die felder und sie zu fahren rechts links überall felder wenn die wüste meine ich wollte jetzt einfach nur die wüste mit ihrem mx 5 aka ist perfekte auf world auto das war das war doch schon deutlich besser das ist meine runde also gar perfekte kurve sagt dann gerne mensch ich fühle mich geehrt eigentlich nicht aber geht doch ein luka da ist die finger davon mein freund du wirst nicht überrollen das verbiete ich dir das machst dann gibt's schläge das war voll auf die breitseite also muss ich gewinnen ich möchte es geben muss ich möchte es geben ich würde sie deshalb freundlich bitten mir platz zu gewähren und nicht zu verholen wenn sie dies nicht tun werde ich zu anderen treiben oben haben es geschafft also ich muss sagen du hast an sich eine gute strecke aber ich finde die kurven die kann ich halt nicht so wirklich der gesicht aus der frage ja mit der wüste und erstes wird das größten ich auch ziemlich geil würde ich mal eine andere strecke da würde ich was einzigartiges hier zu fahren aber mit anderen strecken besser wohl tausend punkte perfekt 4000 punkte dann haben wir auch die nächste etappe ich glaube den fünften von sechs quasi serien und von der serien überhaupt sagen bei 56 der fünfte von sechs teilen des driver cups freigeschaltet so ein zeit war scheiße aber das ist egal 1000 punkte perfekt und ja wohl sei das geworden luka mit 3800 punkten denn robin 3040 blablabla das passiert nicht mehr sie das war kein weiteres kacke mehr war nicht drin ich bin gespannt was wir jetzt überhaupt in der nächsten serie freischalten werden ich habe da sowas gewisses im kopf was ich gerne mal fahren würde und ich wäre schön wenn das jetzt dann kommen würde so langsam erfolgt noch freigeschaltet da wir die profimeisterschaft abgeschlossen haben natürlich als erster deswegen wieder eine wenig cash für uns wo ich ein bisschen mehr geben da bleibt noch nicht okay fantastisch sie haben die profimeisterschaft gewonnen nur noch zwei hirten trennen sie vom forza drivers cup aber zunächst müssen sie die expertenmeisterschaft gewinnen das war doch die expertenmeisterschaft wir gucken was dafür klassen sind ich mal gespannt so abgeschlossen 18.000 punkte geschafft sogar 18.000 35 punkte bekommen dafür als belohnung den 2000er nissan skyline nein wir sagen sie wie aspec vorzeichen diese skyline und dass wir hier probiere es geschafft aber auch geschlossen betrachten sie die expertenmeisterschaft einfach als testfahrt für den forza drivers cup nutzen sie die rennen um all ihre bisherigen erfahrungen und erkenntnisse zu verinnerlichen und lassen sie bloß nicht locker sie haben das zeug hierfür das glaube ich auch so wir haben hier sportliches bitte nochmal finde ich gut exotisches gt whatsapp p2 geil klassische das straßen aus der kasse indica geil formula mazda ja kompakt sportwagen offroad buggies ok der bootes gt oh geil müssen halt müssen noch gruppe 5 autos und sowas sein denke ich mal dann noch lustes sportwagen open und im vier dings rennen und wer ist das nochmal schau rennen haben ein hundigen autokross in der svt cobra heute des motorsports gt racing oldtimer hochgeschwindigkeitsverfolgung bis an skyline was so würde schon sagen dann fahre ich wahrscheinlich den nissan gtr alumnismo mal wieder heißt wie man frontantrieb und noch werks rennen mercedes amg clk gtr ok genau und das war ein gtr alumnismo war ich doch nicht ich stelle sogar unten da fahre ich ein db1 da hat die cobra hmmm hmmm was gibt es denn bei exotisches gt also die autos ich sehe da schon mal ein f12 und ein ford gt wir können ja typisch mal das cover auto fahren das wäre es noch oder was dann alles exotisches gt schauen wir mal ich würde gerne gruppe sortieren so exotisches gt genau aber den gt2 rs wort gt in schatten audio aber das v gt12 f12 tdf älteren gt2 rs ferrari ff und muss der lago ip 6 mal 70 ob man real so eine klasse tun könnte würde ich jetzt mal bezweifeln weil ich meine auch die ps spannung ist ja auch schon ziemlich groß ne wir haben hier 770 ps bis hier der hat hier nur 610 das hat noch weniger als der audi hier guck mal der hat noch weniger also ungefähr unter 600 ps das hat sogar 780 glaube ich so schon ziemlich harterweise aber dafür werden sie auch getunt auf ich denke mal 800 würde es sinn machen guck mal der ist auch nur der ist in der A klasse mal 698 90 meist punkte wird ja wohl der gt2 haben hier 790 hat er jetzt schon geht ja meist mit 800 hat er direkt also ist er quasi nicht mehr zu tun aber gt2 rs ist halt schon geil das ding ne ich glaube den fahren braucht dann einfach mal ich habe eigentlich sogar noch mehr bock auf zum beispiel indica da habe ich auch richtig heiß drauf was ich aber eigentlich wollte war p1 ich wollte gerne mal wieder den 990 fahren wenn ich ihn halt nach aufnahme fahren so 10 und 20 runden der morgen die zwei rs den haben wir auch schon der wird aber wohl nichts großartig tunbar sein ich fand ja noch serie habe ich auch kein problem mit der aktuelle rekord halter auf der nordschleife mit einer ich glaube 6 47 3 also hat für sie ihre verzeuge nach 800 also kann man quasi nichts mehr tun aber guck mal da vielleicht nicht doch noch etwas gemacht werden kann was der reifen hat er überhaupt drauf wollte ich nicht hin der hat sportreifen rennereifen gehen auch noch auf boah gewicht 1250 kilo mit pdk natürlich ne felgen sehen haben wir geil aus übrigens ein weiter was hatten wir da da hatten wir 3 25er hinten und 25 wohnen was steht in der 265 er glaubt schon ist ja schon mal nicht schlecht flügelwerk geht auch vorne finde ich geht sogar noch aber noch mal erreicht und hinten geht fort der spoiler der sieht aber ziemlich beschissen aus dass wir normalität doch mal einiges besser und größer zurück noch auf allrad wechsel theoretisch einer mein aktuelles machen jetzt auf 100 also 2,8 2,9 mit allrad ja gut 2,3 wir machen top speed was sagt er jetzt und halt bremse das wird 344 8 gut bremsweg 60 meilen 32,8 meter ist glaube ich ganz gut würde ich mal zu behaupten der beschleunigung auch nicht übel ich geheißen vielleicht noch ein betrieb würde ich jetzt ganz geil finden aber auch nicht dann geht wohl gar nichts mehr gewichts geht noch auf was geht er denn so 1314 aber ganz schön wenig weil in der wagen ist eigentlich schon so ziemlich gut wie er ist von porsche ja oder was kann ich überhaupt daran tun das ist dann schon einstellbar mich zumal gucken die eifene kamen wir wir können sturzspuren nachlauf einstellen stabbis ok es geht alles schon ich kann auch die dämpfer einstellen ihre dynamik leider nichts schade bremse und das geht auch nicht aber ja ich muss jetzt vielleicht nicht sein aber ich würde das muss doch sein das ist ja schon ziemlich hoch der bock der bus hier ne das ist schon ein bisschen tiefer beschleunigung sogar ein bisschen schlechter aber bullshit das fällt nicht auf das ist einfach mal so richtig so wie er komplett ist nein ich will nicht speichern das ist der wagen ist stock so ich lasse jeden so wie es ist das bleibt alles so wie es hier ist gibt es da noch ich weiß was ich auf jeden fall mache ich habe noch um ich habe letztens noch wieder ein paar videos gesehen ein paar bilder von dem der sieht halt schon ein geld ziemlich pornöse aus das sind ja auch ein gelb so oh 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 polar orange ist auch geil ist da ich so ähnlich wie das obwohl damit sogar nicht mal vielleicht das orange vom gd3rs halt noch gelb blau auch sehr filosof schwarz geht immer unterhalb das seelenmäßige mach mal Gelb ich finde das ziemlich geil Felgenfarbe die das ist sowieso das hat sich auch so kann Support bleiben jetzt haben wir vielleicht noch ein zwei rennen sieht einfach geil aus gt2 für mich weil auch den nächsten vorzuhören was ja wahrscheinlich weisen viel sein wird da freue ich mich richtig drauf sind da mal freizulassen so natürlich neue punkte und fangen an mit exotisches gt verbinde ich mit den exoten unter den autos ein schwindelerregend hoher preis den seltenheitswert eines einhorns und die perfekte kombination aus technologie und performance die autos dieser riegel landen auf plakaten und werden beim sieg mit champagner begossen sie leben das glamouröse leben von dem andere autos nur träumen können naja glamouröse leben ich weiß ja nicht der porsche ist halt schon ich war ziemlich darauf getrimmt ein ist dann wirklich so porsche ist halt finde ich auch ein perfekter mix halt aus mix aus komfort sind alle super noch gut ausgestattet sind halt ziemlich nackig wie ein rennwagen aber trotzdem eine richtig gute performance das hat aktuelle gt2 die spieler spitze von und ich weiß nicht wie man ich kann mir das schwer vorstellen jetzt innerhalb der nächsten mal ein zwei jahre noch mal den gt2 zu toppen also von porsche selber meine ich noch einen besseren elber auch zurück das ist glaube ich schon echt nur kunst circuit of the americas das gefällt mir aber sehr gut aber wir machen erstmal wieder auf experte zurück es hat nur leider einige das hier schon mal sagen vielleicht sogar einen kleinen vorteil der nämlich allrad lamborghini audi und so aber allrad wiegt natürlich auch ein bisschen was auch so ein avantador ist jetzt für die leistung und für die technik ist auch nicht so unbedingt schwer finde ich mit der glaube ich nur 1575 kilo der band hat und das glaube ich 50 oder weniger das geht eigentlich klar nur ich wie kann auch mal so 100 kilo weniger ich glaube da acht wiegt noch mehr ich glaube ich sogar über 1,6 tonne muss der lage oder wiegt auf jeden fall noch mehr falls er mit fährt aber gibt es auch noch weniger wiegen als meiner ist er zu einfallen würde aber die sich im spiel ist wäre der mclaren 27 s ich denke nur da habe ich da unter 1,3 tonne das ist schon echt übel hier war tonne der ist fett die ersten marken ich glaube ich auch mehr als ich weiß ich nicht der ferrari auch mehr als ich sowieso von gt weniger als ich glaube ich auch so 1,1300 irgendwas kilo glaube ich und dürften alle schwerer sein aber er hat es ja bei der letzte mal 700 ps auch nicht schlecht oder 600 hier gucken mal das machen aber ganz kurz neu und wenn man triebe auf jeden fall schon schaden das wollte gar nicht nachgucken natürlich fahren wir jetzt nicht mit grünen das wäre quatsch natürlich mal noch schluss btk das ist schon schnell genug das gäbe es echt geil wird geld eigentlich nicht so eine porsche war das finde ich aber bei dem wagen mit dem schwarzen elementen das passt der ersten ratten o er ist doch ein bisschen schneller als der mazda nicht ungewohnt jetzt geht das ja schon in die wand gefahren noch bei ihm ich hätte das hauschen das hauschen genau das sound von porsche geil dankeschön wenn es ist jetzt halt nur sechs in einer boxer mit vito wenn es wirklich nicht so großartiges erwarten aber dafür steht ja im spiel ziemlich geil der bremste war es da ganz verbreitest aber audi was wird das sei performanz hat auch einen nachteil meistens auch ein bisschen top speed weil die tegel hinten die sagt für mega viel abtrieb da muss er irgendwie was auch drunter leiden das war zu spät nein er war zu spät Kai was los mit dir ja ich habe nicht gewollt ich habe ja einfach alle rein das ging mein porsche da wie mögt ihr geld nicht oder die porsche nicht mögt ihr mich nicht oder alles auf einmal komm rum mein gott hallo ich fahre nur noch 150 was soll denn das wir sind aber gerade ziemlich scheiße nicht besser in erinnerung schaden dann muss er hat er ist nicht geil aber die porsche ist auch nicht schlecht damit ausgeschleudigen so ist ja nicht so brauchst du gar nicht mehr rad also ich meine also jetzt kann sie mir ein echt pferd wurden auf der nordschleife zum beispiel der geht da unglaublich schwer schwer quer oder ein fahrer kann das unglaublich gut an der kontrolle halten natürlich der will quer wenn das ist klar da gibt man 700 ps und relativ wenig gewicht und wie muss er ja quer wollen das wird auf jeden fall aber der hat sich ja so angenehm oder sieht es aus als wenn das auch so leicht ist dann war wirklich ich komme quer geht obwohl es eigentlich in der natur dieses autos ist das was am porsche wirklich mit vielen autos richtig gut sie auch trotz der trieb und viel leistung ihr so gar nicht quer gehen das ist unglaublich das war zu früh und zwar im zweiten jahr das wäre 700 ps und auch so eine relativ kurzen übersetzung unglaublich das sind auch der runde rekord mit nur 700 ps sie war wegen das sind fast 200 ps weniger als der neuen 18 spider der noch arbeit hat der das ist ein hybrid also das ist schon erstaunlich das innerhalb von nur ich glaube jetzt vier jahren nicht das war 2013 war der rekord jetzt haben wir vier jahre später unglaublich das wird ein zweiter platz dann auch kein guter dann haben wir da dabei auch mal schön wir marschieren einfach so ein geiler der gd 2 der neue ich geile das ist das kammer kann das auch im spiel das natürlich porsche ich liebe porsche man elfer ist halt geil vor allem 9 1 generation das ist irgendwie alle porsche alle neuen ich finde man kann gar nicht für keinen geil boxer kei und ist geil mal 18 skypern mehr als geil es gibt es noch von porsche das war aber glaube ich auch schon fast alles an marken was porsche hat oder äh speichern bock auch noch und auch noch noch ein rennen herkommen es geht noch naja bald die millionen nach dem nächsten rennen vielleicht leider noch keinen willst bin schade oder uuuh silberstone aber zum glück bei tag das finde ich gut boah wie geil einfach aussieht der wagen lecker mio der sieht zwar finde ich jetzt nicht viel anders aus als ein gt3 aber irgendwie ist das halt doch geiler also noch geiler gt3 rs ist schon hammer hammer geil das ist noch mal so noch mal besser ich weiß wie die porsche uns das machen dass es mir noch besser gefällt da geht die drei ordner ist schon immer ein gedicht für die augen das ist einfach ein göttlicher anblick das hier ist einfach noch göttlicher naja davon hat er geht dann noch ein bisschen sound das war jetzt aber klar weil porsche voxermotor sauger das ist das stirbt leider bei porsche auch mittlerweile wieder aus wenn ich jetzt gerade richtig nachdenke ist eigentlich der gt3 der einzige saugmotor bei porsche den straßenautos das ist halt alles turbo die karrieren was panamera dann aber jetzt auch alle turbes bekommen der karriere karriere 4 karriere gts turbo natürlich sowieso gt2 weil es eigentlich alle turbo bis auf der gt3 schade eigentlich ich finde ich wirklich schade porsche braucht nämlich so geile saugmotoren aber ein turbo ist ja effizienter bla 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 hast du hast du da gemacht mein freund der nächste auch nicht so weit zurück spüren mein gott nein 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 ich muss da irgendwie in vorbei in den fetten lambo ja der war tonnen ist definitiv ein leichtes auto das ding auch muss der lager die waren auch die waren richtig schwer die dinge aber halt auch war noch richtig riesig na so mega breit natürlich sagst du da auch aber deshalb natürlich leichter dort sollte ich alter was macht er denn da das nicht ich will einfach mal ganz normal vorbeifahren ist denn so schwer hier so so ein hartkarten das machen auf jeden fall so ja so muss ja lago für dieses geld sieht aus ein bisschen so leichten grün stich irgendwie so ein bisschen auch so jetzt auch nicht so ein bisschen gift grün mäßig aber so ja nicht sehr geil hier dritten haben wir das passt eigentlich bis drei runden normal eine gute zahl aber der meisten strecken wenn die die längere rennen wollen kann sich ein längerer einstellen aber jetzt so großartig dann auch nicht mehr kann wenn wir eine freiheitsstellung am besten wenn es da kann ich weiß ich will auf der stück oder eine runde fahren und dafür auf der nächsten 17 und nicht du fährst 3 10 oder 20 das wäre eigentlich so der lambo der hat schon mal keine schnitte das war mal an bremsender wagen super stabil mittlerweile gefallen die bremsen auch ziemlich gut hat schon eine porsche keramik bremsen das war zu spät das war zu spät das war zu spät um nichts weiter raus kommen das gas gas waren sie ja fast schon 260 das gingen ja sehr sehr schnell noch mal diese 700 ps ein absolutes biest ich will immer gerne wissen was der bekleid und 720 s 100 schläbe schafft aber sogar vorstehen dass er besser ist werde auch noch ein bisschen mehr leistung ich noch mal eine ganze ecke weniger ich glaube auch ziemlich schnelle autos darauf rundstrecken ja das bin ich auch sehr sehr gut ich muss schon dass der das sogar schaffen könnte was den nächsten jahren kommt man weiß vielleicht was uns das schafft der gut ist oder mercedes angeht project one die wir schaffen können mal gucken gucken wir sogar die haben steifeln oder 36 durchfahren wenn wir das schaffen mit straßen auf ist und aktuell noch 17 sekunden aber das hat früher mal ja als jetzt geht sich beim sagen es geht immer wieder besser und wo wir jetzt schon sind und straßen verzeugen das ist schon ab normal so ein bisschen spät nicht so weit nicht so weit nach außen mein freund nein allein wie die kurven ersten runde eigentlich so ziemlich geil gefahren und geht es diese runde nicht mehr nein so nicht fabian ja so geht es halbwegs ich kann mich in dritten schalten auf die nächste kurve im dritten nehmen ja ich wollte sagen nicht so weit ausnehmen hat man jetzt gerade gesehen was oder das parade beispiel dafür abholten könnte noch knapp werden das hätten kein eigentlich ok er acht noch ein kv2 und ein revendon echt so gut aber er mag wieder alle verhalte woher kann ich vielleicht sogar noch kriegen also steckt aus nutzen wohl besser nach oben und auch ein gt2 hallo was mit ihr los was ist mit mir los aber so überschrieben langsam nein wir haben sonst nicht gut wie sich den holkern ist das nicht der windschatten das ist ja nicht aber für mark rechts nicht mehr ganz weit rauskommen immerhin zweiter platz gez mark macht schon 700 punkt wirklich die 240 halt richtig geil für 700 ps so wenig gewicht und hacker trieb das ist ordentlich also dann wird sich sicherlich einfacher fahren und dann auch die mit 700 ps aber ist ja es war immer noch erst eine meisterschaft denn wo es mag eigentlich ja gut jetzt die flüsse nach vorne geholt dadurch damit haben sogar getauscht also ich war auch vertrauen bestimmt ja naja das verspreche dann würde ich sagen was ist mit der heutigen folge dann geht es demnächst wieder weiter ich fühle es wahrscheinlich sogar sagen im nächsten jahr ist wieder ich auch bald eine kleine aufnahme pause machen werde für eine woche oder so oder zwei klar so eine kleine weihnachtspause jetzt auch gerade sehr viel im voraus aufnehmen du willst aber natürlich wieder wahrscheinlich ab dem ersten ersten weitergehen nicht wieder täglich das auf keinen fall aber regelmäßig aber aufnahme pause zu weihnachten ist ja glaube ich auch gar nicht mal so schlecht naja dann wieder zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss